In diesem Video möchte ich dir nun zeigen, wie du mit Flipgrid ein Video erstellen kannst. Wenn du für den Unterricht ein Flipgrid-Video erstellen sollst, hat dir dein Lehrer oder deine Lehrerin vorab wahrscheinlich mitgeteilt, in welchem Topic das Video erstellt werden soll. Damit du nun in das richtige Topic gelangst, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste Variante wäre, dass du eine Webadresse bekommen hast. Die siehst du hier bei mir in der Adresszeile. Die Webadresse setzt sich zusammen aus flipgrid.com und dahinter dann noch dem sogenannten Flipcode, einer Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Wenn du diese Webadresse in einen Internetbrowser eingibst, beispielsweise den Microsoft Edge oder den Google Chrome, gelangst du auf eine Seite, wie du sie hier bei mir siehst. Wenn du auf deinem Smartphone oder auf deinem Computer die Flipgrid-App installiert hast, gelangst du mit Hilfe des Flipgrid-Codes zu dieser Seite. Oder als nächste Möglichkeit gäbe es noch das Scannen eines QR-Codes, den du von deinem Lehrer oder von deiner Lehrerin erhalten hast. Das geht auch über die Flipgrid-App. Bist du nun beim Flipgrid-Topic angelangt, können wir nun das Video aufnehmen. Es geht hier also darum, das Beispiel XY zu erklären und die Aufgabe wurde erstellt am 20. März. Wenn du nach unten scrollst, siehst du hier in der Mitte dann auch noch die Aufgabenbeschreibung. In diesem Fall soll ein Beispiel aus dem Buch bearbeitet werden und der Rechenweg der Sachaufgabe dann in einem Flipgrid-Video ordentlich erklärt werden. Wenn du weiter nach unten gehst, siehst du hier nun das grüne Symbol für die Aufnahme. In diesem Fall ist es ein moderiertes Topic, das bedeutet, dass jeder nur seine Videos sehen kann und nicht die Videos der Mitschüler. Mit einem Klick auf dieses Plus öffnet sich nun der Aufnahmemodus. Zuerst werden wir erst nach dem Vornamen und nach dem Nachnamen gefragt. Wenn du dieses Feld siehst, kommst du über einen sogenannten Gastzugang in das Topic. Das heißt, du musst dich nicht mit deiner Schul-E-Mail-Adresse anmelden, sondern es reicht, wenn du deinen Vornamen und deinen Nachnamen angibst. Es muss in diesem Fall nicht einmal dein echter Vor- und Nachname sein, da dies nicht überprüft wird. Ich würde dich hier aber bitten, dich an die Vorgaben deines Lehrers oder deiner Lehrerin zu halten. Gibst du noch deine Schul-E-Mail-Adresse ein, wirst du auf diese E-Mail-Adresse benachrichtigt, sobald eine Reaktion auf dein Video stattgefunden hat. Mit einem Klick auf Let's Go startet nun der Aufnahmemodus. Wir werden nun von Flipgrid noch gefragt, ob wir zulassen möchten, dass das Mikrofon und die Kamera verwendet wird. Das lassen wir natürlich zu. Nun solltest du dich sehen, wie du von der Webcam gefilmt wirst. Du hast jetzt noch mehrere Möglichkeiten, das Video zu beeinflussen. Eine Variante wäre hier zum Beispiel die Filter und hier gibt es dann einen Filter, mit dem dein Bild verpixelt wird. Das heißt, du wärst nicht mehr erkennbar. Mit dem A kannst du auch noch verschiedene Texte hinzufügen. Mit dem Smiley kannst du nach Sticker suchen und diese Sticker dann noch ins Bild einfügen. Auch in der Größe ändern. Dann gäbe es noch ein Stiftwerkzeug. Mit dem kannst du dann noch hineinschreiben in dein Video. Und es gäbe noch ein Whiteboard. Da kannst du dann direkt auf einem Whiteboard schreiben und zum Beispiel auch Rechenvorgänge zeigen. Nun aber würde ich vorschlagen, wir nehmen unser erstes Video auf. Was du auch noch berücksichtigen solltest, ist in der rechten oberen Ecke die Zeitangabe. In diesem Fall hast du also drei Minuten Zeit, um dein Video aufzunehmen. Hallo, es freut mich, dass ich nun mein erstes Flipgrid Video aufnehmen kann. Ich bin schon echt gespannt, wie einfach das funktioniert. Nach dem Klick auf Pause bekommst du nun links das Redo-Symbol, hier könntest du das Video noch einmal aufnehmen, und rechts dann Next. In diesem Fenster hast du jetzt noch die Möglichkeit, dein Video zu überprüfen. Du könntest auch noch eine Videospur anhängen. Wenn du aber zufrieden bist, klickst du wieder auf Next. In diesem Schritt nimmst du dann noch ein Selfie von dir auf. Das wird dann das Titelbild des Videos. Wenn auch das erledigt ist, klickst du noch einmal auf Next. Wirst aufgefordert, das Fenster bitte nicht zu schließen, da das Video gerade an Flipgrid übermittelt wird. Hier hast du dann noch einmal die Möglichkeit, deinen angezeigten Namen zu ändern, deinem Video einen Titel zu geben oder auch optional einen Link hinzuzufügen. Bist du aber zufrieden, klickst du auf Submit Video und das Hochladen ist beendet. Du könntest dir nun dieses Video auch noch herunterladen oder auch das Selfie downloaden. Und unter diesem Link kannst du das Video dann auch noch teilen. Man gelangt dann direkt zu deinem Video. Im nächsten Schritt möchte ich dir nur noch zeigen, wie das Ganze in den Apps aussieht. Startet man nun zum ersten Mal die Flipgrid App, sieht der Bildschirm so aus. Möchte ich nun in einem Grid ein Video posten, kann ich entweder den Flipcode eingeben oder ich nutze die Funktion des Scannens. Ich scanne meinen QR-Code und werde nun automatisch auf unser zuerst erstelltes Demo-Grid weitergeleitet. Hier siehst du nun, wie schon bereits angekündigt, dass ich für den Zugriff ein Konto benötige. In diesem Fall würde ich ein Konto meiner Schule benötigen, also at mms-radstadt.at. Mit einem Klick auf Login with Microsoft komme ich nun auf die Anmeldeseite und kann mich hier nun mit meinem Microsoft-Konto anmelden. Nach der Anmeldung erhalte ich dann Zugriff auf das Topic und ich kann mein Video posten. Nun möchte ich noch zeigen, wie der Zugriff mit einem Gastcode funktioniert. Ebenfalls wieder Scan Flipgrid QR, ich scanne den Gastcode und nun lande ich sofort im Topic Erste Schritte in unserem Demo-Grid. Klicke ich nun rechts unten auf das grüne Symbol, werde ich nun nach meinem Vornamen und nach meinem Nachnamen gefragt. Die E-Mail-Adresse ist optional, an diese E-Mail-Adresse würde dann Feedback geschickt werden, das auf mein Video hinterlassen wird. Bin ich mit der Eingabe fertig, können wir nun starten. Du siehst nun die Selfie-Kamera vor dir und solltest dich im Bildschirm erkennen. Du hast nun zur Aufnahme verschiedene Möglichkeiten. Über dem Aufnahmesymbol, dem großen Kreis unten in der Mitte, siehst du verschiedene Filter, wie zum Beispiel hier das grüne Männchen wäre ein Filter, der das Kamerabild verpixelt. Daneben hast du noch verschiedene Farbfilter. Mit dem A könntest du Text hinzufügen, mit dem Smiley könntest du verschiedene Smileys hinzufügen, mit dem Stift kann man auf der Oberfläche zeichnen oder mit dem Whiteboard direkt wie auf einem Whiteboard schreiben. Links neben dem Aufnahmesymbol ist das Symbol zum Drehen der Kamera. Du kannst also von der Selfie-Kamera auf die Hauptkamera wechseln. Daneben ist noch ein Bild für die Galerie. Dort kannst du, so wie ich es hier gemacht habe, ein Bild einfügen oder aber auch ein Video, das du bereits zuvor aufgenommen hast, hochladen. Ich werde nun ein Video machen und das in unser Topic posten. Hallo, es freut mich sehr, dass ich nun mein erstes Flipgrid-Video posten kann. Nach dem Klick auf Pause siehst du nun auf der linken Seite ein Papiertonnen-Symbol, wo du das Video verwerfen könntest oder nach rechts geht es weiter. Du erhältst nun noch einmal eine Übersicht, wie dein Video aussieht und wenn du zufrieden bist, kannst du nun nach rechts weiter gehen. In dieser Übersicht kannst du nun noch ein Selfie von dir aufnehmen. Dieses Selfie kannst du nun noch mit den Filtern verändern, einen Text hinzufügen oder auch zum Beispiel noch mit Brillen, Bärten und so weiter verzieren. Ich entscheide mich hier für die Flipgrid-Kappe und setze die nun meinem Selfie auf. Wenn du nun zufrieden bist, kannst du dieses Selfie bestätigen, indem du auf den grünen Haken klickst und schon ist das Video fertig. Du siehst hier noch deinen Namen, könntest deinem Video noch einen Titel geben oder einen Link anfügen. Wenn du aber zufrieden bist, klickst du auf Submit my Video. Und schon ist das Video nun hochgeladen und in dem Grid gepostet. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Aufnehmen von Videos mit Flipgrid.